Schönen guten Abend. Hier ist der Björn vom LSMPD und wir spielen Gabriel Knight, Sins of the Fathers mit TH. Let's listen again. Also, wir sind hier wieder da und wo ist mein Mauszeiger? Da ist Marcus, da ist Sam. Sam müssen wir entweder so lange nerven, bis er aufgibt oder wir müssen Marcus so lange nerven, bis Sam gewinnt, aber ich kriege beides irgendwie nicht hin. Und dann habe ich mir beim Schneiden der Folgen gedacht, wir haben ja... Ne, da wollte ich gar nicht hin. Ich kann ja erstmal dahin gehen, wo wir hingehen wollen. Ne, Friedhofen nicht, sondern wir fahren mal raus zu Oma Knight. Oma Knight ist natürlich auch ein geiler Name, weil ich habe mir nämlich beim Schneiden der Folgen, wir haben doch diesen Brief bekommen. Wir hatten auch diesen, diesen, äh, Zettel bekommen von, äh, diesem Wolfgang aus Deutschland. Und, ähm, er sagte ja, dass wir miteinander verwandt sind. Und ich dachte mir, vielleicht weiß Oma ja, ob wir verwandt sind. Öh, was ist das hier? Also, das ist ein alter Scherl. Können wir sprechen, Grand? Of course, my boy. How can I help? Oh, vergiss es. Oh, nothing. Never mind. Hä? Wieso? All right, dear. Wir haben doch, äh, Wolfgangs Nummer. The number written on the note is 4909-324-33333. 3? Hä, das ist ja komisch. Und was ist das hier? Ich dachte, wir könnten jetzt einfach mal, äh, Dings fragen. Hier, Oma fragen, ob wir vielleicht, ähm, guck mal hier, 20 Dollar. Ähm, ob wir, ja, 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 Musik, ganz ruhig. Ähm, ob wir vielleicht, äh, ob die ein Kind. Das ist auch ein sehr schönes Bild. So was will ich zu Hause haben. Ähm, so. Vase was gefunden. So, Hinweise. Ein echtes Schlangenhack. Ich hab nur den Tonabdruck. Ja, okay. Da wollen wir noch nicht hingehen. Was haben wir hier? A grandma night stencil, äh, stencil, äh, pencil sketch, stencil patch, wollte ich beinahe sagen. Sieht aber auch sehr hübsch aus. Und wurde auch relativ gut umgesetzt. Hier, alte Lampe, da auch alte Lampe. So, aber das, äh, ne, da wollte ich hier. Wolfgang, ich würde mir vorstellen, dass Oma es erwähnt hätte, wenn ich nachher eine Familie Deutsch hatte. Aber ich sollte mir mal unseren Stammbaum sorgfältig anschauen. Ja, aber wo denn? Ja, aber, hallo, ne? Ausgang zur Karte. Ähm, geht's vielleicht oben? Ja, dann steh ich auf und setz mich nochmal hin. So, Gabriel, jetzt mal Butter bei die Fische. Wo ist hier diesen Rahmen? Kann man die mitnehmen? Ja. Hier ist auch die alte Uhr. Ja. Haben wir da vielleicht irgendwie einen Hinweis? Ähm, wurde abgeschlossen. Okay. Äh, Malia besucht und Gracie ist total stinkig. Äh, okay. Honfur-Ritual-Objekte. Mosley ist nicht mal halbschlecht beim Verhör. Mhm. Ähm, ja. Dr. John hält eine Schlange im Voodoo-Museum. Ähm. Ähm, ja. Was ist das hier für, 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 für Romane sind, die er da schreibt? Gut, okay. Als Autor wäre vielleicht gut, wenn er Romane schreibt. Ähm. Sieben Nächte voller Dings. Ziete Volltreffer. Äh, okay. Nee, doch nicht. Dann gucken wir uns mal die Uhr noch an. Weil da haben wir bestimmt auch irgendwie mal einen Hinweis bekommen oder sowas. Weil, wir haben ja hier so einen Minutenanzeiger und solche Sachen. Und, und hier haben wir noch unterschiedliche Symbole, die wir einstellen können. Hier mit dem Drachen und mit dem Strick und mit der Sonne und mit dem Engel und noch einer Sonne. Was ist das? Die Rückseite der Sonne und das ist die Vorderseite. Keine Ahnung. Unschwert. Ja. Und das war's dann. Und dann haben wir eine Verzierung. Ja, aber das bringt uns nichts. Wir können hier höchstens auf Ausgang gehen. Aber ich hätte wirklich gedacht, dass wir jetzt auch mal mal fragen könnten. Wo können wir uns denn den Stammbaum angucken? Hm. Okay, dann gehen wir wieder. Tschüss. Well, Grand, I'd better get going. Take it easy on those women out there, will you, Gabe? Women? You're my only girl, Grand. Haha, wenn ich die wüsste. So. Ähm. Da ist da die Geddes Villa, das Franzosenviertel und die Tulane University. Lake Pontchartrain. Ähm. Ach so, auf dem Friedhof vielleicht. Friedhofen. Da haben wir den alten, alten Gärtner wieder. Wie hieß der noch? Jetzt hab ich den Namen vergessen. Manchmal ist es echt zu lang zwischen den, ähm, zwischen den, ähm, Aufnahmen. So, wir haben hier Franklin Wright. Das kann man sogar lesen. Mary, äh. Kann ich mitnehmen? Ach, Plänter. Und hier haben wir... Und hier haben wir... Philip Knight. Daddy. DeMarco Reeds, Margaret Templeton Knight. My mother. Da. Ähm. Wie, äh... Wolfgangs. Wolfgang Ritter's Phone Number. Written in Grace's Pretty Skrull. Hm. Okay, der hieß nicht Planter. Aber warum sollte er sagen, dass er... Hätt die mitnehmen? Marble und Granite Tombs sind ziemlich schwer. So, wie komm ich denn hier wieder raus? Ach da, Ausgang zum Eingang. Ähm, Hemmene, 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 Hemmene. Huh, jetzt ist er weg. Ja. Und wir gehen mal zum Kartenausgang. Vielleicht können wir Grace noch was fragen. Hey Grace, here I am. Huh boy, Party time. Was ist denn eigentlich mit den Büchern? German English, Welt der Schlangen, Faust und Siddhartha von Hermann. Und das Lyrik. Heinz Ritter? Ein Buch von deutschen Positiven, das damals an Gabriels Großvater verliebte. Gabriel hat es immer sehr kompörend gefunden. Heinz Ritter. Drei Drachen krieken in meinem Schlaf. Die Seele wollen sie, lebendig sind frau's. Feuerrigen Atems, gespaltene Zunge, genießen sie jedes Mal. Drei Drachen. Gut. Aber das ist von, von, von Heinz Ritter. Hier kann man nichts anklicken. Hm. Und wählt der Schlangen. Es ist ein Buch über die Welt der Snacken. Schlangen jagen problemlos in der Dunkelheit. Gut, gut. Ähm. Dann reden wir doch mal mit Gracie. Hast du einen Moment, Greg? Was ist denn? Hm, okay. Die hat auch nichts Neues. Hier haben wir immer noch den komischen Typen. Können wir mit dem reden? Ein Ritter. Also hat er auf jeden Fall, äh, fahre an, ein Buch von, äh, einem Heinz Ritter. Moment. Hier, das Lyrik von, von Heinz Ritter. Ja, ja, das ist, das ist, das ist, das ist mir auch klar. Drei Drachen. Eben bei der Uhr waren Drachen. Ist das vielleicht des Lösungsrätsel, äh, des Rätsels Lösung? Und natürlich wie so oft in Adventure-Spielen des, äh, der Lösung Rätsel. Wo soll das denn heißen? Ich bin Scheffe. Also wieder zurück zu Homma. Die arme alte Frau muss auch immer wieder aufstehen, wenn er da klingelt. Eigentlich kann sie ihm ja mal, äh, einen Schlüssel geben. Hi, Grand. So. Ich frag sie noch mal, vielleicht, äh, Does this mean anything to you, Graham? Sorry, no, Gabriel. Hm. Okay, die Dings kann ich ihm, äh, ja auch nicht zeigen. Können wir sprechen, Graham? Natürlich, mein Junge. Wie kann ich helfen? Okay. Oh, nichts. Kein Problem. Da haben wir Ausgang zur Karte, Feuerstelle, Blumenuhr, Pausebutton. Da ist auch nichts, da ist ein Hekelkorb, da ist eine alte Pflanze. Wir gehen noch mal zur Dachkammer. Ja, das ist ja alles, äh, schwierig, schwierig, ne? Möchte man beinahe sagen. So, die Uhr. Die Frage ist bloß, was müssen wir jetzt einstellen? Hier haben wir ja einen Drachen. Drei Drachen, also vielleicht auf, auf die drei und dann drei Uhr oder sowas? Oder auf zwölf? Ähm, vielleicht muss man ja einmal wieder rumgehen. Vor allem, wieso ist der hier jetzt so auf Viertel nach zwei, mehr oder weniger. So, das ist aber auch nichts. Hier auf die drei nicht, auf die sechs nicht. Boah. Dachte ich, dass das vielleicht was bringt. Drei Drachen. Hm. Achso, wir haben ja hier noch ein Schlüsselloch. Haben wir einen Schlüssel? Ähm, okay. Und was haben wir hier? Bild und Brief? Okay, warte, warte, warte. Jetzt muss ich erstmal gucken. Ritterfoto. Das heißt nicht Schloss, sondern Schloss Ritter. Aber wer sind die drei? Das kann uns vielleicht wirklich Oma sagen. Ein Brief von der Uhr. The letter is written in German, but Gabriel determines what he can about it. It was sent from a place called Schloss Ritter in Rittersburg, West Germany. The letter is addressed to Meinzohr Heinz and signed Wilhelm Ritter. One of the reoccurring words strewn throughout the letter is the word Schottenjäger. The only other thing that Gabriel can decipher about the letter is a sense of urgency in the handwriting and in the heavy use of a quill tip, bold strokes and underlining. Hm, hm. Okay, warte mal. Damit muss doch aber Oma jetzt mal wirklich was anfangen können. Erstmal mit dem Furu und dann, äh, mit dem Brief auch. Fragen wir sie erstmal nach dem Brief. Machen wir mal, was weißt du über den Brief? Das bedeutet nichts für dich, Graham? Äh, äh, nein, Lieber. Ich bin Angst, dass ich kein Wort von Deutsch zu sprechen. Hm, okay. Dann vielleicht, äh, vielleicht das Fotoschen. Das bedeutet nichts für dich, Graham? Das ist dein Vater. Okay, dazu konnte sie wenigstens was sagen. Können wir den jetzt nochmal mit ihr sprechen? Ah, Schottenjäger und Heinz Ritter. Was weißt du über Heinz Ritter? Obwohl, das machen wir ja in der nächsten Folge. Bis gleich. Tschüss. Tschüss. Tschüss.